hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play donkey kong crown tree 1 together ja ja also ja ja fresher name und so und ja dann geht man also ersten port sollte sie ja geschaut haben denn genau der ist auch noch mal in der video beschreibung verlinkt und im video wahrscheinlich und ja jetzt geht es bei mir weiter das level ist ziemlich behindert finde ich weil ich das fässer schießen nicht kann ja aber man kann das ganze level überspringen was schön ist mehr oder weniger ist gerade gestorben nein alter macht doch nicht so was ja dafür dass du dich kannst gehst du aber gestehen ab ja ich bin ein alter talent du lernst schnell er war fahrer waren und man ist tot genau diese typen angst ja aber dann komme ich glaube ich nicht mehr hoch jetzt ist es ganz behindert wenn man springknopf ich möchte das mal kurz erklären mein knopf mit dem ich das fass festhalte scheiße ist auf x und mein springknopf ist auf b das heißt ich muss die finger ganz komisch halten und das was nicht loszulassen warum stellt man sich um weil ich mit dem anderen mit der anderen steuerung nicht klarkam wie wir ja bemerkt haben bei der testaufnahme ok ok wir müssen schauen dass wir jetzt da die ganzen leben formen sonst ich bin nicht weg nein ich war zu ungeduldig wird erleben so viel ab und gleich in der testaufnahme nicht oder nee oder doch hätten 17 mal ja aber erst in der zweiten welt dann wo uns an nemesis kam nein schon wieder der gleiche ok also man sieht schon wir sind da eingespielt wie sonst was ja jetzt ab ja wenn ich da runterfalle komme ich nicht mehr hoch ne wie aber du kannst ihn ja einfach drauf springen ja ja ich muss nur ok alles cool ich wollte gerade fach ich wollte gerade mit skype angeschrieben weiß nicht ob man das in der aufnahme hört das genau mitte 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 und dann schnapp ich mir noch mal das fast so ich hör mal kurz auf pause das schneid ich übrigens alles raus dann ich habe jetzt aber nicht auf den timer geguckt so beschäftigt okay nicht gar nicht hast du steht doch die uhr da oder bei contasia und ja die uhr steht da wir nehmen seit ok drei minuten auf davon schneide ich mindestens zwei weg also zwei minuten schnallst du weg ja je nachdem ich schätze jetzt auf zwei minuten bei mir können ja die patzen durch ein bisschen mehr sagen ich habe kein problem mit ok weiter geht's weiter geht's so entschuldige bitte die kleine störung so da kommt wieder typi warum kommen die jetzt nicht mehr runter bei mir ist es genau dieses teil von captasia da noch da der rand und so jetzt wenn ich ja ja das kenne kenne ich das hatte ich bei der testaufnahme ist so schlecht gesehen die verhinderten ding einer mitte jetzt geduld nein gut die man sich als sich aus ja ich wäre fast in das nächste bonus fast reingeraten sollte nicht an dem typ jetzt hat keine dünge durch das fass auch mitnehmen so und so genau so macht man das um nicht ins bonus level zu kommen ja ja okay die typen sind das sieht so und so und rüber nur noch die die zur abkanskollegen noch kürzelt alter bei mir als voll daneben geschossen er will mir was auch ziemlich klar also der profi boah alles kein thema ja ich habe nächte durchgezockt das glaubst du gar nicht so jetzt ein buchstamm kriegen wir noch haben wir alle ja ja ist da noch irgendwas ich traue mich nicht da ist eine banane warum ist da eine banane da gab es bestimmt irgendwie wieder so ein fassen wir uns nicht gepeilt wo man das level überspringen hätte können aber wir haben da nicht alle aber wir können abschweichern ich könnte könnte man schauen wie viel wir den raum okay da haben wir ein nix uhr haben wir zwei ok das besitzt man ja schon zwei mit dem kopf x-level zwei ja ich glaube da macht er mit der mitteilung der zweite sehr gut in der ersten fälfte nicht die allerbesten und ja also speichern wir mal ja übrigens Prozent muss ich doch für um könnte so einen rand machen bei meinen videos sonst möchte ich das video auseinanderziehen ja aber ich mache dann schönen rand mit unseren beiden namen oder so das war mein cool fett und dann so ganz klein in der ecke dann auf beiden seiten so riesig und meine ganz mini irgendwo in der ecke ja und wenn er halt dann nicht mehr hin passen ja ja jetzt deckst du mich mit der banane toll ich will eh keiner sehen ja ich glaube ich brauche gar keinen also zumindest so ist bei wie bei dem kirby ding damit ich dann kann okay jetzt fangen unsere lieblingslevels an das das geht noch aber danach kommt dann das geile loran ding da haben wir dann aufgehört weil das für blöd geworden ich glaube da haben wir bei der testaufnahme hätten wir zwei aufnahmen wären dafür aufgehört ja wir sind alle gebrauchte einmal von von 17 level 17 17 ja von 17 leben und aus ja das war das war geil ja das müssen wir unbedingt wiederholen schaffen wir bestimmt noch mal ich finde die musik bei dem boden sein so geil das ist hier und sagt und kommt die kriegste ja nein weiß gar nicht wo es eigentlich der unterschied zwischen gelben und den roten bienen die roten die roten sind unter also nicht unzerstörbar aber die eben nicht schneller auch schneller die sind schneller sicher oder oder geküpf um die im kreis dass die im kreis fliegen und die anderen fliegen ich glaube so hoch runter links rechts irgendwie so ich glaube ich mache das jetzt einfach wir sind drauf also lange ich nicht spielen muss ja ich bin nur zum kommentieren ja ja das ist ja noch bis zu der hälfte ist ja noch easy kann ich auch wie das überhaupt halten kann so was zum beispiel oder solche abschnitte war einfach nirgends befestigt sind welche das ist eine gute frage so was zum beispiel vor video spiel logik bei der erste genau bei der schwelle haben wir auch gehangen jetzt jetzt gehabt ich habe ich habe es ja abgelt genau ja das war schon mal 1 g weil immerhin aus des kaufelkopf wir brauchen auch alle leben die wir kriegen können er wird nur noch viel beim anderen mal wieder 1 es ist so als hätten wir nie ein leben verloren ja ok und wie man uns kennt wir für die nachhaltigkeit ich habe die berahmen bekommen oh man das level ist das ist auch irgendwie relativ lang für dass das mit dass es so schwer ist ja und vor allem so früh noch im spiel auch kommt oder wir stellen wir haben das wir haben das einmal geschafft ne das level ja mit mit einem leben und danach haben wir dann aufgehört genau es ist ja jetzt kein problem mehr ich meine wir sind ja jetzt wirklich eingespielt wie noch mal was ja genau ich meine kann man nicht vergessen ja hauptsache bekommen wir brauchen auf jeden fall gottetank haben wir nicht drei bekommen jetzt geht's los jetzt beginnt das war lustige jetzt beginnt das das ist auch so eine stelle wo ich immer abkacke ich kann nicht da da bin ich war genau das war sehr stark du bist ja in den Wald gekommen also ja ich ja ich hätte fast geschafft man sieht auch da rechts dann an die in dem wenn man wieder auf der karte sind rechts wird dann so angezeigt wie viel level jeder aufgeschlossen hat er hat 1 ich habe 6 ja nicht angeben aber ja wir warten bis zum ende jetzt machen wir ja den besonderes challenge draus wer die meisten level abschließt und wer die meisten bosse killt das machen wir nicht nee wird's nicht gewinnen boah gott ja eigentlich ist das nur auswendig lernen übrigens man springt mit der 10 tonne lore auf die fischer und die sterben nicht oder man fährt einfach komplett rein weil man es komplett ignoriert so wie du ich ignorier die game einfach vielleicht funktioniert es ja ja egal aber es ist schön dass sie da ein decay fast direkt hinter dem speicherpunkt hingesetzt haben damit nur wenigstens eine kleine chance hat das ist wirklich human das level also doch ja das ist eigentlich sehr sehr nett das sollst du schauen dass ich da den jawohl ja super ja wenn man mich im team hat da ja dann kann man eigentlich gar nicht verlieren die tode sind alle system fehler ja ja okay wir haben schon mal ein leben mehr und gleich noch eins und das level geschaffen alter du schaffst das kommt oh mein gott oh mein gott dieser druck kein druck man ok jetzt wird es nochmal scheiße aber jetzt weiter hier ja das halt rock wir das rock nein verkehrt das schenke ich dir das level ja damit auch ich habe es geschafft ja danke 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 das ging ja das ging ja wirklich überraschend schnell also ja super ich glaube ich baue am ende der seltsamen Applaus für mich ein ich habe es glaube ich einfach verdient Applaus für mich ich bin der allergrößte so wo braucht man jetzt den reifen ich habe keine ahnung ich bin aber eigentlich gerollt glaubt mir wieder nicht das ist wie bei league of legends wenn du die trender ulti hast ich hab doch eher gedrückt das ist eigentlich bei jedem let's player so die standardausrüste ich hab doch gedrückt der controller ist kaputt oder irgendwie sowas in der art ach fuck da wäre bestimmt irgendwo ein bonus level gewesen naja nein fuck der war der war der war gut jetzt versorgst du dich hm was war das denn du bist du da jetzt gestorben bei der biene so scheiß biene boah nein so jetzt aber oh ist ja schön boah ich habe übrigens die anderen teile noch nie gespielt also doch mal ganz kurz den dreier aber das ist so ewig her ach scheiße ich den reifen brauchst dann eh für oben da oben rum ist leichter hä wo oben rum wenn du den reifen mitnehmen 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 auf die plattform rauf ok dieser hat sich schon wieder geduckt das ist das das ist das problem wenn man mit dem steuerkreuz spielt mit dem knüppel oder meinst du ja mit dem knüppel genau springen voran aus dem klick oben ist ein ich glaube das gibt es unten nicht nein also es ist Hauptformals verloren wenn ich einmal stehe ja ok aber ich habe die Mitte geholt und wir müssen jetzt unten lang oder ne du kannst du ja scheiße ich bin aber zu nehmen den unteren Weg den was ist eigentlich der Sinn von der Höhle und wie kommen da Bienen hin das sind sogenannte höhlenbienen die sind sehr verbreitet im süd donkey kong ja ach so ja das ist eine sehr seltene art sehr giftig vor allen dingen die gibt es in verschiedenen Farben gelb orange und rot genau finde ich so gut dass du keine scheiße laut hast nein ich habe das ich habe dann schon studiert deswegen weiß ich das alles pack mal den wikipedia artikel auf ja genau ich habe mir das nicht ausgedacht ich habe das auf wikipedia gelesen ah fuck äh ahja es liebst noch gut nicht sterben bitte ja das scheiß das Wasser ja sind jetzt zweit nein fuck ja da reißt er mich mit in den Tod ach ich bin dran sehr schön wir werden sterben so die Höhlenbienen lasse ich mal in Ruhe die sind sehr gefährlich wenn man sie reizt ja die ist wie mit den echten Bienen normal machen sie nix aber wenn man dann doch mal wenn man sie mal ein bisschen mit dem Stock ärgert dann ein kleines bisschen weil man ja eigentlich nur nett sein will man will sie eigentlich mit dem Stock nur streicheln aber sie oder wenn man mit dem Frosch drauf springt irgendwie ist man genau Frosche sind ja eigentlich die natürlichsten Freunde von Wien besonders wenn sie drauf springen doch oder du hast also einige studiert habe ich so das Gefühl ja klasse sehr stark ich habe gedrückt ich habe gedrückt man hört das bestimmt in der Aufnahme wie ich die Club gedrückt habe ich gebe das extra nochmal hervor du brauchst nochmal einen genau so also ja wir sind schon mal viel weiter als beim letzten mal ja und auch viel schneller ja aber letztes mal hatten wir vier Parts bisher gebraucht aber das gute ist ähm also gut ist relativ ähm das ist das letzte Level das wir gespielt haben ich glaube wir haben es gar nicht fertig gespielt stimmt stimmt wir sind da nochmal game over gegangen haha zum dritten mal soo das ist alles kein Thema ja pf 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 aufgeruckelt nein wusste ja aber mit vorstelle der magische reißen ja nein der hat er stark also doch da kann man nichts sagen das ist schon super aber wir haben 100% beim lohran leveler 100% ja okay aber das ist auch nicht wer das ist ein geiles der weiß ich wie lange haben wir noch zeit ja eigentlich muss ich die aufnahmen hier beenden und ja wir sollen uns beim nächsten mal beim zockenden esel wieder bei part 3 ich wette mit dir dass wir dann doch ein level nein das ist keins das ist dieses doch ein go das licht anmachen muss und aus und dann kommen die viecher die wo unzerstörer sind sie man dann ist jemand dann ja nichts hat dass das werden wir sehen genau wir sehen uns beim nächsten mal tschüss